Ich wusste, ich wollte schon immer was machen mit Menschen. Dann habe ich das Praktikum hier gemacht. Mir hat es auf Anhieb eigentlich sehr gut gefallen. Dann hatte ich mich beworben, bin dann alle Stationen durchlaufen, von Azubi über Pflegefachkraft. Jetzt bin ich Wohnbereichsleitung, mache parallel noch eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung. Warum ich hier in der Organisation arbeite, ist einfach, es gibt ein super Arbeitsklima und das Entwicklungspotenzial, das man hier ausnutzen kann und von allen Seiten unterstützt wird, das ist einfach enorm und dafür lohnt es sich auch. Vielen Dank.